So, sonst noch wer? Hm, okay, da kann ich hoch. Muss ich wohl. Okay, hübsa, was hast du? Ah, das nehme ich. Dankeschön. Okay, wir müssen wohl da hin. Hier hoch. Na dann, äh, b-b-b, da. So. Hm, 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 hm. Okay, diese Richtung. Das war ja toll geschossen. Egal. Hm. Tja. Was kommt hier? Runter, 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 runter. Sterben, sterben, sterben. Gute Nacht. Ich sagte, gute Nacht. Der ist immer noch nicht tot. So, jetzt aber. Er ist ja gut beruhigt. Ja, machen wir das mal leer. Kuchen. Kekse. Gut, Kekse. Hm. Ist nicht mehr so viel Munition, das ist nicht gut. Muss ja mal mehr treffen. Soviel dazu. Hm. Du zwerst, komm her. Kekse. Kuchen. Danke. So. So. Dankeschön. Hm. Muss ich wohl das verwenden. Dankeschön. Das brauche ich auch dringend. So. Hübsa. Und hopsasa. Und das hier einsammeln. Und hier hingehen. Okay. Ach, hier ist der. Da mal das hier. Dankeschön. Ein Schuss. Naja. Oh, nice. Ein Drago-Norff. Hey, was machst du? So, so. Hm. Anvisier ihn doch an, bitte. Bitte, Anvision. Ergib dich, wir gehen auch sachte mit dir um. Ich glaubst du doch selbst nichts. Was kannst du deiner Mutter erzählen? Oder warte, nee, ich erzähl's dir ja. Dann ist er, ach nee. Lassen wir das. James Bond lässt sich nicht auf sowas sein. Komm schon! Oh, verarsch mich nicht. So. Na, geht doch. Ausgetrickst, hä? Ein viertes Mal klappt es nicht bei mir. Wo hab ich ja noch einen gehört? What? Okay. Zeit für die Drago-Norff. Bleib doch hier. So, gut. Schön ausgewichen. Okay, mal nachladen. Hier. So, gut. Und was jetzt? Hm. Was? Wo? Hä? Licht hier. Vorne. Da oben. Hä? Was geht hier ab? Wo bist du? Hä? Ach komm, leck mich. Du könnt mich lecken. Ist das wieder ein Bug, oder wie? Ach, da ist der. Ach komm. Fick dich. Ich gehe. Okay, weg, weg, weg. Die Rexportieren. Okay, gut. Ach so. Huch. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her? Scheiße. Das hab ich grad Dübel erwischt. Verdammt. Hm. Genau, stirb. Na los. Bist du verzweifelt? Tja. Hm. Bist du auch verzweifelt? Na los, komm her. Es gibt Kekse bei mir. Aber da musst du hinlaufen. Kuchen gibt's auch und Torte und Döner und was ihr sonst noch alle fresst. Na komm. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Döner mit zur Schürtüren. Okay. Tört im Spiel hier dauert das hier wohl zu lange. Aber dafür ist dieser Typ da schuld. Der kämpft die ganze Zeit. Na geht's. Na geht doch. Scheiß Camper. So. Das hätten wir. Ja. 0 von 4. Jetzt nur noch Bronze. No. Schade. Hat wohl zu lange gedauert. Tote eines Agenten. Danke für den Spoiler. Okay. Wir wissen was passiert. Sie waren nur der dumme Laufbursche 003. Manchmal glaube ich, der MI6 verteilt die Teamnummern nach ihrem IQ. Ein Freund von Ihnen? Sie müssen sich schon mehr Mühe geben. Es ist kugelsicher. Genießen Sie Ihren langsamen, aber unvermeidlichen Tod 003. Muss ich immer die Drecksarbeit machen? Schnappt ihn! Hm. Okay, bevor er stirbt. Ist ja toll. Ist ja toll. Ist ja toll. Spass, okay. Da hab ich Spass. Da hab ich Spass. Fuck. Hm. James. James. Du musst nach New Orleans. Diavolo aufhalten. Bevor er. 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 Sehen wir doch mal, was du so kannst. Das war alles gespoilert hier. Das 003 stirbt und er hinterher. Und jetzt hab ich nur noch diese Zeit. Ernsthaftes Spiel. Ernsthaft. Willst du mir so in den Arsch treten? Hast du mich so, obwohl wir uns erst jetzt kennenlernen? Oh, lecker mio. Hört auf mich zu nerven. Schnauze. Aufhalten. Gibt's denn hier? Gibt es nichts. So ein Mist. Verdammt. Mehr als das. So. Hm. Hübser. So. Mist. So. Hm. So. Der letzte Schuss für dich. Und der ist für dich. Und das ist für dich. Komm schon. So. Da versteht sich noch einer. Und der letzte. So. So. Mit den Spülchen wieder spielen. Nee. Okay. Er kooperiert. Das ist gut. Hm. Stopp, 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 stopp. Ich muss einsammeln hier. Hm. Hm. Und der letzte Schuss für dich. Ach, okay. Kekse. Danke. Ja, wen seh ich denn da? Du hast aber ein tolles Versteck, so. Was ist aber hier? War das jetzt richtig? Moment. Moment. Hä? Warum kann ich da das... Warum? Warum das nicht gehen? Willst du mich verarschen? Blöder Sack. Ich schnapp dich gleich. So, Pokémon Go James Bond Edition. Ich schnapp euch alle. Ja, warte. So, spielen wir weiter. Ich schnapp dich schon. So. Wer hat mich da? Nicht den. Den da. James. Mach nicht so'n Scheiss. So. Darf ich jetzt den da töten? Muss der hin. Wo sind wir hier überhaupt? Tür öffnen. Oh. Oh. War das gut? Keine Ahnung. Und ein bisschen zurück. Natürlich von hinten. Kekse. Kuchen. Döner. Torte. Was gibt's noch? Pizza. Nichts davon. Gut, aber der will. Und der. Aber der nicht. Okay, nur noch drei Kugeln. Eins davon muss für dich sein. Komm schon. Gut. Gut. Ich geh zurück. Für die Weste. Wo war'n das? Hier drüben? Nee. Schon mal falsch. Ach, das ist zu. Na ganz toll. Ist ja ganz toll. Was haben wir hier? Okay. Watt. Mist. Ich hab was ich will. Genbio. Wollt ihr mich verarschen? So, nimm das. Jetzt kommt Kung Fu James Bond. Ihr spawnt einfach hier neu. Wollt ihr mich verarschen? Oder sind die mir nachgelaufen? Oder hä? Egal. Gehen wir schnell weiter. Schade, da ist es leer. Ach, bloß weg hier. Die Nerven. Ah, das war sie. Toll. Okay, nix mit trinken. Schade. Da. Da. So. Oh oh. Ich hör' schon. Oh oh. Ich glaube, sie ist Ihnen verfallen, James. Nein. Was fangen? What? Na klar. Ist klar, Spiel. Hä? Wer hätte ich das denn ausweichen sollen? Na klar, Spiel. Ist klar. Mhm. Wow, was? Brrrr. So hätte ich ausweichen müssen. Okay. Ohaah. Verdammt. Das. Das hat weh getan. Hä? Muss ich das sprengen oder wie? Ach man. Mann. Was hab... Was muss ich da tun? In die Luft sprengen. Hä? Irgendwas, was ich da schiessen kann. Greif dann, ja. Hey, was muss ich da tun? Was? Ich seh' jetzt nicht, was ich da tun muss. Muss ich irgendein Fass abschiessen? Und natürlich stehen die hier so rum und das hier ist da nackt bedürrlich. Ach hier? Och. Hm. Dieser Clip ist aber ungünstig. Gebaut und platziert und das hier so... Nimm das. Puh, verdammt. Hm. Ich darf wohl gegen nichts dagegen donnern, wie's aussieht. Und... Ja, was? Klar. Jetzt auf einmal das hier. So. Hui. Das macht Spass. Ja, schauen wir mal. Hier, das kann ich. Ich hab dich gleich. Gleich hab ich dich. Okay. Ja, das ist ja dumm von mir anzunehmen, dass ich diese Plattform da mit dem Fels... ...unter allem sprengen könnte. Das war mein Fehler. Ja. So, aber wir machen das hier ja so gerne. Das ist so episch, da müssen wir das gleich zehnmal machen. Boah. So episch. So episch. Da, 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 da. Ach komm, wie weit denn noch? Kannst du dich da einen Q-Haken einsetzen? Warum kannst du das nicht? Hallo? So. Mist. Hä? Warte, muss ich das selber einsetzen? Ja, und diese Zwischensequenz ist auch ganz toll. Und hier, der Typ da nähe ich mich am meisten. Den hab ich jetzt kalt gemacht. So. Und der hat der Schuld an mir noch Trinkgeld. Fick dir. So, und du bist einfach nur Scheiße. Und du auch. Können wir das jetzt mal machen? Aua, okay. Schon wieder verkackt. Hä, was? Wie? Wie? Muss ich hier irgendeinen Turbo einsetzen? Oder wie? Oder einsammeln? Damit ich schneller runterfalle. Oder dürfen mich dieser Typ nicht treffen? Bremsen die mich aus? Ach, das Spiel, was willst du schon wieder hier? Ja. Fick dir! Hab ich hier keinen? Nein, hab ich nicht. So, das hast du da vorne. Hui. Kann ich hier durch? Wow, und das war ein Aktionwert. Ganzhaft. Oh. Tja, ich bin vor dir tot. Perk gehabt. Ach. Ich versteh's nicht. So. Hui. Und rechts und links. Und hier. Und dann dich platt machen. Du bist scheiße. So. Da muss ich durch. Hier so. Da. Da drüben hin. So. Rechts. Links. Fick dich. Hier durch. Das gibt eine Aktion. Warum auch immer. Ist ja nicht so episch, wie es sein sollte. Was willst du von mir? Wie soll ich dich einsammeln, hä? Kann ich so schneller hin? Ich geh jetzt einfach geradeaus. Also hier. So. Jetzt aber hier hin. Geradeaus. Geradeaus fliegen. So, ein bisschen ausweichen. Mal die Schnauze. Moment, hier durch. Verdammt. Schon wieder verkackt. Okay. Ich hab das Gefühl, wir sehen das noch sehr oft. Fangen sie Serena? Ja, sag doch mal wie. Muss ich die einholen? Das glaubst du doch selbst nicht. Tobe Scheisse. Geh weg. So, das ist schon mal was. So viel dazu. Ich hab das Gefühl, ich muss genau hier auf der gleichen Höhe sein wie sie. An diesem Punkt muss ich sie einholen irgendwie. Ach, ist das Scheisse. Ba, ba, ba. Ah, die Schnauze. So, komm hier jetzt. Ach komm. Ich mach mal hier den Q-Haken. Vielleicht bringt das was. Hä, ich hab den gar nicht. Ach komm, leck mich. Ich versteh nicht, was das Spiel hier will. Bin ich so blöd? Bin ich so blöd? Ist es offensichtlich? Und ich seh's nicht. Was man hier tun muss. Hm, vielleicht nicht schiessen, das wär mal was. So. Mhm, ganz toll. Und jetzt? Hä? Hä? Ich bin ratlos. Okay, man wird mal nicht schiessen. Mal schauen, ob es dann klappt. Ernsthaft? Netze, hier wieder aufzugreifen. Wir müssen uns aus dem Staub machen. Wie? Der Panzer. Sie fahren. Was? Aber ich... Sie können es unterwegs lernen. Wow, was für eine Scheiß-Mission. Ach. Ich musste exakt an diesem Punkt neben ihr sein, damit das getriggert wird. Ist ja ganz toll. Und dafür eine Brosse, fick dich. Das ist Platin wert, dass ich das geschafft hab. Oh, eine gewaltige Show. Oh!